Ich möchte in dieser Podcast-Reihe möglichst viel Abwechslung bieten. Es ist mein Ziel, dass die Hörerinnen und Hörer sich auf jede einzelne Folge freuen. In der heutigen Folge werde ich Fragen von Kunden, Mitgliedern und Fans beantworten. Mehr ist möglich. Der Alex Rusch Podcast. Hier erhalten Sie Lernerkenntnisse, Inspiration und Ansporn in den Bereichen Marketing, Gesundheit, Erfolg und Unternehmer-Know-how. Mehr ist möglich. Hallo, hier ist Alex Rusch. Heute ist Samstag, wie üblich mein Kreativtag. So ein richtiger Kreativtag. Das Wetter heute ist halbwegs schön, aber nicht so richtig schön. Ich war zwar schon etwa eine halbe Stunde auf der Terrasse, habe das Sonnegetankt, oben ohne, damit mein Körper schön Vitamin D aufnehmen kann. Heute ist ja auch mein Koffeintag. Ich nahm die letzten sechs Tage keinen Kaffee zu mir, heute aber schon. Und dann wirkt es auch. Es wirkt so richtig, richtig gut. Und ich war heute auch schon ganz schön produktiv. Ich habe zum Beispiel fünf Jubiläumsangebote konzipiert. Denn am 16. September feiern wir 28 Jahre Rusch Verlag. Und einiges mehr habe ich heute schon gemacht. Wie in der Einleitung gesagt, werde ich Fragen beantworten. Fragen, die mir eingereicht wurden. Ich habe unsere Insider-Liste angeschrieben und darum gebeten, mir ein paar Fragen zu schicken. Die Insider sind solche, die sich selber auf diese Liste setzen, liessen, indem sie auf alexrouge.com-insider gingen. Das heisst, das sind Kunden, die besonders interessiert und motiviert sind. Ich werde auch in Zukunft, vielleicht in vier Wochen, wieder eine Folge machen mit weiteren Fragen und weiteren Antworten. Sollten Sie auch eine Frage einreichen wollen, nutzen Sie unser Formular auf alexrouge.com-feedback. Oder wenn Sie eine Audio-Frage einreichen möchten, gehen Sie auf alexrouge.com-audio-feedback. Bei den heutigen Fragen werde ich nicht sagen, wer die Frage eingereicht hat. Denn die Fragen wurden per E-Mail eingereicht. Und ich weiss jetzt nicht, ob ich die Erlaubnis habe. Das ist eben der Vorteil bei unserem Feedback-Formular auf alexrouge.com-feedback. Da kann man ja ankreuzen, ob man zitiert werden möchte oder nicht. Habe ich alles durchdacht, als ich das damals konzipiert habe. Fangen wir an mit der ersten Frage. Was kann man gegen die Langeweile in der Rente machen? Meine Antwort? Ich finde, Rente sollte etwas sein für das Bankkonto, aber nicht für die Arbeit. Wenn man Befriedigung hat in seiner Arbeit, in seinem Job, in seiner Firma, warum sollte man dann in den Ruhestand gehen? Klar, es ist natürlich schön, wenn Rente reinkommt. Dann hat man Geld und man fühlt sich sicher. Aber es ist ja auch schön, wenn man doch noch etwas dazu verdient, wenn man im Ruhestand ist, dass man könnte ja auch Teilzeit arbeiten. Klaus Kobiol, der bekannte Unternehmer, der auch Referent und Autor ist in der Rouge-Firmengruppe, er sagt, dass er jetzt mit 70 plus Teilzeit arbeitet. Und für ihn bedeutet Teilzeit 40 Stunden pro Woche. Es gibt einen Film mit dem deutschen Titel «Der Partikant» mit Robert De Niro aus dem Jahr 2015. Sie sollten diesen Film, falls Sie ihn noch nicht gesehen haben, unbedingt mal anschauen. Es geht dort um einen Rentner, der ging in den Ruhestand, ist dann ein bisschen herumgereist, hat so die üblichen Dinge getan, die man tut, wenn man in Rente geht. Und dann war er gelangweilt. Und dann hat er sich beworben als Partikant. Und tatsächlich, er bekam den Job. Und so wurde sein Leben wieder spannender. Also jetzt mal konkret die Antwort, was soll man tun gegen die Langeweile in der Rente? Man könnte zum Beispiel eine Firma aufbauen. Eine richtige Firma oder auch nur eine Minifirma. Weil so hat man eine persönliche Herausforderung, man ist beschäftigt, man hat Erfolgserlebnisse, man kann kreativ sein. Das wäre doch eine coole Sache. Oder man arbeitet ehrenamtlich. Zum Beispiel bei einer Umweltorganisation. Oder irgendetwas Nützliches. Und wer weiss, vielleicht kommt man dann dort sogar in einen Vorstand. Oder man sucht sich spannende Hobbys. Aber am besten Hobbys mit Resultaten. Also Hobbys, wo man dann die Früchte der Arbeit sieht. Denn wir alle brauchen Erfolgserlebnisse. Es gibt so viele, die im Ruhestand sind, die kaum mehr Lebenssinn haben. Und das ist doch schade. Muss doch nicht sein heutzutage. In der modernen Welt. Ich hoffe, da waren ein paar gute Anregungen darunter. Und wir gehen zur nächsten Frage. Herr Rusch, werden Sie den Winter wieder in Kalifornien verbringen? Meine Antwort? Ich war ja neun Winter in Kalifornien. Zum ersten Mal Anfang 2013. Und zum letzten Mal vor knapp einem Jahr. Damals konnte ich auch noch nach Amerika reisen mit einer Special Interest Exemption. Diesen Winter werde ich nicht nach Kalifornien reisen, sondern ich werde nach La Palma reisen. Dort war ich auch schon 2020 aufgrund von Corona. Weil damals konnte ich auch nicht nach Kalifornien reisen. Und deshalb verwachte ich damals einen Teil des Winters auf La Palma. Und diesen Winter wird es La Palma sein. Und dann vielleicht auch noch eine andere Knarrische Insel. Das ist im Moment noch offen. Aber das Haus am Meer auf La Palma ist bereits gebucht. Und warum nicht Kalifornien? Das Problem bei Kalifornien ist, man kann immer noch nicht ohne Impfung dorthin reisen. Was absolut unlogisch ist. Weil inzwischen haben ja alle gesehen, dass die Impfung vielleicht bei 20% wirkt. Und alle haben die Nebenwirkungen gesehen, die zum Teil Tod bedeuten. oder Blindheit oder Diabetes Typ 1 oder was auch immer. Und trotzdem halten die Amerikaner fanatisch dran fest. Und ich werde definitiv nicht mitmachen bei Menschenversuchen. Es dauert sieben Jahre, bis eine Impfung sicher ist. Und ich werde da nicht mitmachen. Und somit fliege ich eben nicht nach Kalifornien. Ich habe ja auch viel Sonne und ähnliche Temperaturen auf La Palma. Sogar noch bessere Temperaturen als in Kalifornien. Okay, nächste Frage. Die ist etwas länger. Wie bekomme ich meine Selbstsicherheit wieder ins Lot, wenn ich an mir selbst zweifle? Ich bin mir unsicher, ob ich auch den richtigen Weg gehe. Den ganzen Sommer hatte ich Urlaub in den eigenen vier Wänden genossen, was auch mir sehr gut tat. Jedoch die Gewinne sind recht spärlich. Was will mir dieses sagen? Soll ich weiterhin dieses geniessen? Oder wieder etwas anderes machen? Was kann mir da helfen? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Nun, die Frage war zwar recht lang, aber trotzdem fehlen mir viele Informationen. Ich habe jetzt mal so eine Gegenfrage. Investieren Sie genügend in Ihre Weiterbildung? Es gibt ja so einen Spruch von Rainer Kreuzmann. Investieren Sie mindestens so viel in Ihre Weiterbildung wie in Ihr Auto. Und beim Auto, wenn Sie alles zusammenzählen, sind Sie auch bei 300, 500 oder 1'000 Euro pro Monat oder mehr. Machen Sie das. Weil eben, wenn Sie in Ihre Weiterbildung investieren, bekommen Sie hochkrätiges Wissen, Sie bekommen Inputs, Sie bekommen Motionskicks und so weiter. Weil dann haben Sie das nötige Wissen, was es braucht. Also zum Beispiel bei uns, etwas vom Besten, was man tun kann, ist den Rouge Marketing Diplom an einen Lehrgang buchen. Ich gebe mir schnell spontan den Link www.markting-diplom-lehrgang.com Und Sie haben ja erwähnt, Ihr Gewinn ist spärlich. Und somit würde ich jetzt auch ganz spontan das Erfolgspaket mit dem Titel «Wie Sie Ihren Firmengewinn um 100 bis 500 % steigern» empfehlen. Wenn Sie das Erfolgspaket kaufen auf firmengewinn.com, bekommen Sie auch noch gratis dazu den gleichnamigen Ordenlehrgang. Sie schreiben, dass Sie im Urlaub waren. Also ich muss sagen, ich persönlich bin nicht oft im Urlaub und auch nicht lang. Weil im Urlaub kann man keinen Umsatz machen und auch keinen Gewinn. Also wäre ich vier Wochen weg, würde die Firma extrem viel weniger Umsatz haben, weil ich bin der Umsatztreiber in unserer Firma. Aktuell bin ich der Einzige, der Umsatz bringt. Aber dann noch ein paar weitere Fragen an Sie. Ich weiss jetzt nicht, was genau Sie anbieten, welches Produkt oder welche Dienstleistung. Aber die grosse Frage an Sie ist, ist die Nachfrage gross genug? Und dann noch die nächste Frage, ist das Angebot attraktiv genug? Weil eben am Schluss, Sie brauchen Käufer. Und zunächst muss der Zielkunde den Wunsch haben, es zu kaufen. Und das Angebot muss konkurrenzfähig sein, es muss geradezu unwiderstehlich sein. Und dann noch die letzte Frage an Sie, erreichen Sie die richtige Zielgruppe mit Ihrem Marketing? Weil auch wenn Sie ein Angebot haben, das gut ist, wofür es auch Nachfrage gibt, müssen Sie auch noch die richtigen Menschen ansprechen mit Ihrem Marketing. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Und ich bin auch sicher, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch davon profitieren können und auch mal diese Fragen anwenden sollten. Also am besten schreiben Sie auch diese Fragen mal auf. Also ich werde mal spontan das schnell zusammenfassen. Der Siebpunkt, investieren Sie genügend in Ihre eigene Weiterbildung? Und dann ist die Nachfrage gross genug für Ihr Produkt und oder Ihre Dienstleistung. Dann die nächste Frage, ist das Angebot attraktiv genug? Und erreichen Sie die richtige Zielgruppe mit Ihrem Marketing? Nächste Frage, wie gehen Sie mit Rückschlägen um? Wie handhaben Sie Durststrecken von ein paar Monaten oder Jahren, die es sicherlich gab? Ja, Sie haben absolut recht, weil ich bin seit 1994 Unternehmer. Und alleine schon die ersten drei Jahre waren eine lange, lange, lange Durststrecke. So ziemlich die schlimmsten Jahre meines Lebens waren 1994, 95, 96 und vielleicht auch noch 97. Richtig schlimm, richtig schlimm. Und dann braucht man massiv Ausdauer. Und eben, man muss sich bewusst sein, vor allem wenn man jetzt Unternehmer ist oder Selbstständiger, es gibt Durststrecken. Die gibt es, egal was man macht. Man muss damit umgehen. Manchmal sind die ein paar Wochen, ein paar Monate, manchmal aber auch ein paar Jahre. Und wenn ich so zurückblicke auf die letzten 28 Jahre, ein paar Mal war es wirklich sehr eng. Wir hätten es beinahe nicht überlebt. Wir müssen sehr kreativ sein und sehr viel Ausdauer besitzen, um es zu überleben. Ich habe hier jetzt ein paar Tipps für Sie. Ich habe vorhin auf der Terrasse mal ein paar Stichworte aufgeschrieben. Tipp Nummer eins, an sich selber glauben. Und das klingt vielleicht etwas unkonkret und deswegen habe ich hier jetzt noch eine Ergänzung. Also wie kann man an sich selber glauben? Also einerseits, indem man Affirmationen aufschreibt, das habe ich so gemacht, damals als Teenager und als junger Erwachsener. Und dann habe ich diese Affirmationskärten genommen und laut vorgelesen. Und ein weiterer Punkt, man sollte auch die Erfolge, die man bisher hatte, festhalten. Schriftlich, in Form von Fotos, in Form von Videos. Und dann kann man die auch regelmässig anschauen. Und das stärkt auch unser Selbstvertrauen. Tipp zwei, Weiterbildung, und zwar jeden Tag. Weil wenn ich jeden Tag Wissen tanke, ich tanke Inspiration, ich tanke Anregungen, ich tanke Erfolgsstories und das gibt mir Kraft durchzuhalten. Tipp Nummer drei, jeden Tag meine Jahresziele anschauen. Das empfehle ich ja auch in unseren Zielelehrgängen, dass man die Ziele jeden Tag anschaut. Vielleicht sogar zweimal pro Tag. Tipp Nummer vier, Massive Action, wie man das in amerikanischen Seminaren nennt. Also auf Deutsch, viel tun. Und zwar jeden Tag. Ich tue jeden Tag viel. Nicht nur am Kreativtag. Ich tue jeden Tag viel. Und so weiß ich, dass ich mein Bestes gegeben habe. Auch wenn es eine Durststrecke ist. Ich habe mein Bestes gegeben. Tipp Nummer fünf, Braintrustpartner haben beziehungsweise bei Braintrust dabei sein. Wie zum Beispiel beim Mehr ist möglich Intensivprogramm. So hat man andere, erfolgsorientierte Menschen um sich, bekommt Anspornen, bekommt Tipps, bekommt Inspiration, bekommt Insiderwissen. Man ist nicht alleine. Man ist auch nicht alleine, wenn man Rückschläge hat. Vor allem bei einem Braintrust, wo man sich gegenseitig vertraut, da traut man sich dann auch, über Herausforderungen zu sprechen. Und bekommt dann vielleicht auch Lösungsansätze. Nächste Frage. Was mache ich, wenn bei mir bisher noch keine Möglichkeit zum Abnehmen dauerhaft dazu geführt hat, zu meinem Wunschgewicht zu kommen? Ja, das ist ein grosses Thema. Und ich habe bewusst jetzt auch diese Frage hier mitgebracht, die heute eingereicht wurde. Denn ich höre es immer wieder von unseren Mitgliedern, die abnehmen wollen. Und das klappt dann nicht so richtig. Und selbst solche, die Intervallfasten machen, jeden einzelnen Tag, nehmen nicht ab, oft nehmen sie sogar noch zu. Und in der Frage steht ja auch dauerhaft. Dauerhaft abnehmen. Und wie nimmt man dauerhaft ab? Indem man keine Diät macht. Das habe ich auch so drin in meinem Ordenlehrgang, das Alex Rouge Gesundheitssystem. Ein Bestseller-Ordenlehrgang. Diets don't work. Das habe ich vor 33 Jahren am Irvine Valley College in Kalifornien gelernt. Diets don't work. Weil, wenn sie eine Diät machen, dann kommt ihr Körper in den Alarmzustand. Sie nehmen zwar ab, und sobald sie mit der Diät aufhören, nehmen sie wieder zu. Und wahrscheinlich noch mehr, als sie abgenommen haben. Und so haben sie den sogenannten Jojo-Effekt. Also was es braucht, ist eine permanente Ernährungsumstellung. Permanent, ja. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe auch das Intervallfasten bei mir integriert. Und das ist auch permanent. Das heisst, ich esse nur während 8 bis 10 Stunden pro Tag. Und die restlichen 14 bis 16 Stunden pro Tag esse ich nichts. Also eben, natürlich die Nacht, aber auch am Abend esse ich nichts. Und dann am Morgen ab einer bestimmten Zeit. Und so komme ich schön dann auf die 14 bis 16 Stunden Fasten. und mein Körper kann entgiften und regenerieren. Aber das alleine reicht noch gar nicht. Das ist nur einfach, dass der Abfalltransport erleichtert wird im Körper. Aber dann braucht es bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Spossen und all die anderen Dinge, die ich empfehle im Alex Rouge Gesundheitssystem. Und es braucht auch das sogenannte Monitoring. Das heisst, man muss auch überprüfen, wo man steht. Zum Beispiel der Hüftumfang, dass man den regelmässig misst. Oder dass man auf die Waage geht. Ich war eigentlich bisher immer gegen die Waage. Und ich hatte auch während 20 Jahren keine Waage mehr. Und als ich mich dann selber herausgefordert habe, von 70 Kilo auf 65 zurückzukommen, da habe ich dann zwei Wagen gekauft. Eine digitale und eine mechanische. Und beides waren Testsieger. Und beide zeigen das gleiche Gewicht an. Und jetzt sehe ich, wo ich stehe. Und auch bei mir ist es nicht ganz so leicht. Ich habe zwar diese 65 Kilo erreicht und als ich in Kalifornien war, ging es sogar zurück auf irgendwie 63,6. Ich ging sogar ungewollt unter die 65, weil ich dort so gesund gelebt habe mit Weizen, Grasshaft und so weiter. Aber es ist mir auch schon passiert, dass ich dann plötzlich 67 hatte oder sogar 68. Das heisst, ich muss es auch überprüfen, um auch zu verhindern, dass so bestimmte kleine negative Gewohnheiten einreissen. Weil auch bei mir gibt es Belohnungen. Ich esse nicht zu 100% perfekt. Ab und zu gibt es zum Beispiel vegane Kekse oder ab und zu gibt es Schokolade. Und auch da muss man eben aufpassen, dass es nicht zu viel wird, weil sonst hat man dann plötzlich zu viel Gewicht. Ich habe ja auch einen Ordenlehrgang gemacht, wo ich beschreibe, wie ich auf mein Wunschgewicht von 65 Kilo kam. Und es ist wirklich mein Idealgewicht. Wenn ich 65 Kilo habe, ist mein Bauch wirklich fast so flach, wie damals, als ich 20 war. Und das ist natürlich super mit 53. Also zum Schluss von dieser Frage kann ich nur sagen, Punkt 1, Ernährungsgewohnheiten ändern, permanent. Punkt 2, auch auf die Kalorien achten. Also man kann auch sehr gesunde Sachen essen, die zu viele Kalorien haben, wie zum Beispiel in meinem Fall Mandelpüree in Rohkross-Qualität. Mandeln sind sehr gesund und man sollte sie auch jeden Tag zu sich nehmen, aber wenn man dann zu viel zu sich nimmt in Form von Mandelpüree, dann hat man am Schluss doch auch zu viele Kalorien. Bevor wir zur nächsten Frage kommen, sollte ich als Pfleger und Marketing-Experte auch noch schnell den Link geben zu unserem Online-Lehrgang das Alex Rouge Gesundheitssystem. Sie finden es unter alexrush.com schrägstrich Gesundheitssystem. Und jetzt noch die letzte Frage. Wird es ein Buchprogramm wieder einmal geben? Ich nehme an, der Kunde spricht von unserem Umsetzungsprogramm in sechs Wochen ein eigenes Buch schreiben. Und diese Frage, die kommt ab und zu mal und somit merke ich, dass da schon eine gewisse Nachfrage da ist. Ich weiss einfach nicht, ob die Nachfrage gross genug ist. Und somit ist meine Antwort vielleicht. Ich muss einfach spüren, dass da eine Nachfrage da ist, weil hätten wir Telefonverkäufer, würde ich das sofort nochmals durchführen, aber ohne Telefonverkäufer bin ich nicht ganz sicher, ob die Nachfrage stark genug ist. Wenn Sie die Website anschauen, www.alexrouge.com schräg 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 Buch binden schräg schrägen, da sehen Sie noch die Website von der letzten Durchführung des Programms, noch mit altem Datum. Sie können ja dort mal einen Blick drauf werfen und wenn Sie dann zum Schluss kommen, ja, das möchte ich unbedingt machen, dann schreiben Sie mir doch einfach ein Feedback auf alexrouge.com schräg schräg Feedback, so im Sinne von, ja, ich wäre gerne dabei, bei der nächsten Durchführung des Umsetzungsprogramms in sechs Wochen ein eigenes Buch schreiben. Und wenn ich dann genügend habe, dann werden wir es nochmals durchführen. Ich möchte es einfach nicht mit Gewalt füllen, so im Sinne von Sorg statt Druck. Das macht mir mehr Spass. Okay, ich sehe hier, wir sind schon deutlich über 20 Minuten, somit würde ich sagen, wir sind am Schluss einer weiteren Folge des Mehr ist möglich Podcasts. Ich hoffe, es hat Ihnen Spass gemacht und vor allem hoffe ich auch, dass Sie einiges gelernt haben und vielleicht auch Inspiration bekommen haben. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche und wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Bis zum nächsten Mal.